Inwiefern fördert denn die Ausbreitung einer bestimmten Variante, dass sich eine neue, andere Variante dann überhaupt erst bilden kann? Wie hängt das zusammen? Man muss sich vorstellen, wie ein Stammbaum. Und wenn eine besonders erfolgreiche Variante sich entwickelt hat, wie jetzt zum Beispiel die Delta-Variante, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sich auf der Grundlage dieser Variante, die sich dann sehr breit ausdehnt, sich neue Varianten entwickeln, die von dieser Variante ausgehen wiederum. Somit ist es im Wesentlichen so zu sehen, dass besonders erfolgreiche Variante so zu sehen sind wie dicke Äste an einem Baum. Und dicke Äste haben wahrscheinlich auch wieder dünnere Äste, die von innen abgehen. Nun ist natürlich auch die große Angst bei uns hier in Deutschland, dass sich teilweise aggressivere Varianten behaupten können. Wir sind bisher im Vergleich zu anderen Ländern da noch relativ glimpflich davon gekommen. Aber würden Sie sagen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis auch hier, wie in England zum Beispiel, die Delta-Variante dann dominiert? Ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Also ich glaube nicht, dass sich in Deutschland neue Varianten bilden werden. Denn die neuen Varianten bilden sich dort, wo sehr viele Ungeimpfte sind und wo das Virus es einfach hat, sich auszubreiten und auch damit zu verändern. Diese hohen Fallzahlen haben wir in Deutschland nicht mehr und haben wir auch im Vergleich zu anderen Ländern nie gehabt. Wir hatten also immer Fallzahlen, die im Vergleich zu anderen Ländern eher gering gewesen sind. Aber die Delta-Variante, die wird zu uns rüberkommen. Das ist klar, sie ist jetzt schon zu 50 Prozent wahrscheinlich der neuen Fälle da und wird sich im Herbst natürlich entsprechend ausbreiten. Sie haben eben schon das Stichwort Impfung genannt. Wenn bei uns die Herdenimmunität erreicht wurde, werden dann diese immer wieder neuen Mutationen dadurch ausgebremst? Die werden ausgebremst. Die Gefahr besteht aber darin, dass tatsächlich das Virus mit so vielen Impfstoffen, mittlerweile 13 zugelassenen Impfstoffen bearbeitet, bekämpft wird. Dass das Virus lernt, mit Impfstoffen umzugehen, genauso gesagt auch Geimpfte zu befahren. Das hat man in der Geschichte von Viren noch nie gehabt, dass ein Virus so aggressiv durch Impfstoffe früh und schnell bekämpft wurde. Und das kann dazu führen, dass sich hier die Virenstämme durchsetzen, die besonders geeignet sind, sich auszubreiten, auch bei denjenigen, die bereits geimpft sind. Und könnte vielleicht irgendwann sogar eine Variante auftreten, gegen die alle bisherigen Impfstoffe nicht mehr helfen? Das wäre denkbar. Im Labor ist das gelungen. Die Universität in Haifa hat eine Studie veröffentlicht, wo in Virus-Laborexperimenten Viren gezüchtet werden konnten, die bis dahin bekannten Impfstoffe allesamt resistent sind. Und ob sich solche Varianten auch in der freien Wildbahn bei Menschen entwickeln, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das heißt, das, was jetzt viele fordern, eine dritte Corona-Schutzimpfung oder regelmäßige Impfung jedes Jahr, das könnte vielleicht sogar gar nicht helfen. Also dann haben wir überhaupt keine Mittel mehr gegen das Virus, dann bleiben wir ja machtlos. Nein, das glaube ich nicht. Wir würden dann wieder Impfstoffe entwickeln, die gegen diese Varianten ankommen. Also, dass ein Virus sich ausdehnt, was gegen die meisten der jetzt bekannten Impfstoffe zumindest teilweise resistent ist. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, dass ein Virus sich entwickelt, was gegen alle Impfstoffe immun ist. Und selbst dann könnten wir, weil wir mittlerweile sehr schnell geworden sind in der Entwicklung von Impfstoffen, einen Impfstoff wahrscheinlich nach kurzer Zeit entwickeln, der wirkt gegen eine solche Variante.